Was geben Sie denjenigen, die nach Ihnen kommen, weiter? Der denjenige ist immer noch nicht ganz richtig. Wir machen es jetzt so oft, bis es klappt. Ich glaub an dich. Noch aufgeladen von all den Menschen, die vor Ihnen diese Türklinke betätigt haben. Sie mit vier oder fünf Fingern umschlossen haben, um auf die andere Seite der Tür gehen zu können. Fühlen Sie sich mit all diesen Menschen verbunden?